Yo, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Roblox-Video und herzlich willkommen, leider, eine gewisse Person. Hallo, it's Danja. Ja, Danja, wir sind heute hier wieder bei Adopt Me und, äh, Leute, wir haben erstmal beschlossen, unseren Patch-Streit an die Seite zu legen, weil es, das ist, das ist ein anderes Thema. Darüber werden wir mit Danja bestimmt nochmal sprechen und dann wird das bestimmt auch noch Videos übergeben. Bringt es doch jetzt nicht schon wieder hoch, Kahn. Freut euch drauf, freut euch drauf, freut euch drauf. Danja, ich möchte heute mal ein wirklich ganz, ganz neutrales Video mit dir zusammendrehen. Mhm. Okay, ihr das, guck, Leute, ihr müsst auch eins verstehen, ne, das ist halt, das ist das, was eine Freundschaft ausmacht, ne, man, äh, man, äh, man streitet sich, man, man streitet sich über ganz, ganz unnützes Zeug, aber trotzdem ist man noch immer befreundet. Ja, das stimmt wohl. Und das wissen wir immer zumindest zu differenzieren. Ja, das... Leute, ähm, Daniel, es geht darum, ich finde, und darüber hatten wir auch schon gesprochen, wir wollen heute so ein bisschen Adopt-Me-Talk machen, dieses Update hier mit der Sandbox, mit der Insel ist meiner Meinung nach das Update, was Adopt-Me wirklich, aber wirklich gerettet hat. Mhm. Also, ich gehe ganz stark davon aus, dass wenn dieses Update nicht gekommen wäre, und es ist noch so ein bisschen so, dass, man hat noch das Gefühl, dass dieses Update, also dass diese Insel noch so ein bisschen, also als wären die noch gar nicht so im Hype, sind sie auch vielleicht noch gar nicht, ne. Aber ich glaube, mit der Dauer dieses Spiels wird das immer mehr der Fall sein, ne, und ich glaube, es werden extrem heftige Welten hier auf diesen Inseln entstehen, und deswegen ist das für mich ein, ein Update, was definitiv Adopt-Me gerettet hat. Ja, also dazu kann ich ja vielleicht auch sagen, dass ich habe schon sehr, sehr viele heftige Sachen gesehen, tatsächlich, die hier auf diesen Inseln gebaut wurden. Mhm. Also viele sehr, 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 sehr coole Sachen. Mhm. Wo ich selber auch immer wieder richtig geschockt bin, wenn ich das sehe, was Leute hier so reinbauen einfach. Ähm, ja, also das Update, ich gebe dir da recht. Und vielleicht auch für mich hat das Adopt-Me auf jeden Fall mal mindestens ganz, ganz stark verbessert, ne. Ganz klar, und es ist auch, Daniel, es ist auch das eingetroffen, worüber wir ganz oft gesprochen haben, wo wir gesagt haben, okay, das muss eigentlich passieren, damit Adopt-Me wieder ein Spiel wird, was es vor vielleicht ein, zwei Jahren war. Ähm, und zwar sind es die sehr, sehr häufigen Updates, die kommen müssen. Mhm. Nicht alle paar Monate, und seitdem ist es auch so, also seitdem sozusagen ganz, ganz viele Updates kommen. Und da ist es wirklich so, es ist momentan, dass wöchentlich ein Update kommt. Und das ist wichtig für so ein Spiel, vor allem, wenn es halt in Konkurrenz steht mit, ähm, ja, mit anderen Spielen, die ähnliche Qualitäten haben. Also es ist Brookhaven, ne? Ja, ja, es ist Brookhaven, aber es ist ja auch, es gibt ja noch andere konkurrierende Spiele, die jetzt vielleicht nicht so, ähm, beliebt oder bekannt sind wie Brookhaven. Also zum Beispiel Overlook Bay oder, äh, Lifetopia. Stimmt, ja. Oder Royal High ist, ist noch, genau, ist ja noch mal ein, also, das sind ja durchaus auf jeden Fall Beispiele, die eben. Stimmt, stimmt. Und die da eben mit rein spielen, die auch Konkurrenten von AdoptMe sind in irgendeiner Art und Weise. Und deshalb finde ich es halt so wichtig, dass da regelmäßig neuer Content kommt, halt vor allem für ein Unternehmen der Größe von AdoptMe. AdoptMe, aber das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich das für sehr wichtig erachte für die Zukunft dieses Spiels. Klingt jetzt ein bisschen krass vielleicht, aber ist ja auch irgendwie so. Ja. Danja, wenn wir jetzt auch kurz über Updates bei AdoptMe sprechen wollen. Mhm. Also jetzt ist das große Insel-Update gekommen, ne? Ja. Wo man seine eigene Welt erschaffen kann. Ja. Es kommen wöchentliche Updates mit neuem Content. Ja. Ich sage aber trotzdem, damit AdoptMe langfristig wieder diesen Durchbruch bekommt, den es anfangs hatte, glaube ich, ist es einfach notwendig mittlerweile, dass neue Pets deutlich schneller kommen. Das heißt, die Updates kommen, es ist auch gut so. Zum Beispiel das Desert-Update ist cool, dass das alle paar Wochen zurückkommt, aber es ist meistens, jetzt ist, glaube ich, die eine Katze dazugekommen in diesem Desert-Update. Aber ich muss ganz klar sagen, dass halt deutlich schneller Pets kommen müssen, die meiner Meinung nach auch dann zwischendurch auch verschwinden können. Ich habe eure Kommentare gelesen, Leute, wo ihr gesagt habt, hey, ich finde es eigentlich ganz cool, dass Pets verschwinden und nicht wiederkommen, weil dann der Seltenheitsfaktor da ist. Mhm. Sehe ich mittlerweile auch ein bisschen ein. Aber die müssen auch deutlich schneller kommen. Das Mythic Egg, was jetzt da ist, das ist gefühlt ja jetzt schon sieben, acht Monate in diesem Spiel. Das ist viel, viel zu lange. Ja, also bei den, bei diesen Ex bin ich da nur geteilt deiner Meinung. Mhm. Weil es gibt, bei uns jetzt in unserem Fall, ist es ja so, dass wir uns die Ex quasi mit Geld kaufen. Mhm. Aber es gibt ja auch sehr, 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 sehr viele Leute, die die Ex nicht mit Geld kaufen, sondern die die Ex quasi sich erspielen. Genau. Und da ist es natürlich so, die brauchen halt sehr viel mehr Zeit. Also ich habe auch schon beim, äh, als ich berichtet habe über das Forest Egg auch schon gelesen, ja, ich habe noch gar nicht viele Pets aus dem Mythic Update, weil ich halt nicht so schnell hinterherkomme. Und deshalb finde ich, Ex können ruhig länger drin bleiben, aber es könnten halt auch welche dazukommen. Also dass es vielleicht nicht nur ein Special Egg gibt immer, sondern vielleicht eher zwei und das dann quasi so graduell dann immer nacheinander rausgenommen wird. Ja. Ähm, was ich für viel wichtiger erachte, sind halt, dass es dann coole Events gibt, die die Leute halt lange an das Eck binden. Wie jetzt zum Beispiel bei dem, ich weiß, das ist schon ausgelutscht, aber ich fand halt, dass das ein brutal gutes Update war mit den Dino-Ecks, weißt du noch? Mhm. Ja. Da musste man ja so ausgraben. Und dann konnte man die quasi so freischalten. Ja. Und das hat dann nochmal so einen anderen Charakter der ganzen Sache gegeben, weil man eben, ähm, erst mal schauen, also weil man da erst rausgefunden hat, okay, was gibt's denn überhaupt für Pets, wie krieg ich die denn überhaupt? Das war für mich dann quasi so ein bisschen, so ein bisschen schöner, einfach weil alles darauf so ein bisschen angelehnt war und es war halt nicht so, hier habt ihr das Eck, seid glücklich damit. Ja, der ganze Contentplan war da halt, glaub ich, ganz gut bei dem Dino-Update. Ja. Ne? Äh, stimme ich dir zu, ähm, dass es da natürlich auch vielleicht Leute gibt, die sagen, ey, ich komm nicht hinterher. Wobei ich grad wirklich beim Mythic Egg sagen muss, also, das ist halt schon, also wenn man das täglich spielt, sag ich jetzt mal, ne, oder alle zwei Tage, dann ist die Chance, glaub ich, schon relativ hoch, dass man das, äh, Mythic Egg sozusagen, dass man die Pets bekommt, die man vielleicht haben möchte. Dass das natürlich immer eine gewisse Chance ist, das weiß ich, ne, das heißt, äh, dass wenn man jetzt für, ich glaub, 750, äh, Robux sozusagen, sich, äh, so ein Ei holt, finde ich, das geht noch, weil wir haben zum Beispiel letztens bei dem Luna-Update, da hat ja diese, äh, Tigerbox, hat 350 gekostet. Ja. Finde ich, war preislich vollkommen in Ordnung. Also, natürlich ist es immer besser, wenn es, äh, sozusagen auch andere Möglichkeiten gibt, sich das spielerisch zu holen, das verstehe ich, das ist immer die beste Lösung, aber wenn wir jetzt darüber reden, dass es einen gewissen Preis bei den Pets gibt, dann sage ich, dass bei dem Luna-Update für die Tiger fand ich das vollkommen in Ordnung. Mhm. Also, da hatte ich überhaupt kein Problem mit, weil 350 ist etwas, was man sich auch relativ schnell erspielen kann, ne, wenn man, äh, ein Baby ist und sozusagen die Aufgaben hier erledigt, dann ist das etwas, was man, ich sag mal, innerhalb wahrscheinlich einer Stunde, halben Stunde direkt machen kann. Ja, also, du denkst, Sehe ich, das, das sehe ich da ein bisschen unproblematisch. Mhm. Natürlich sehe ich es immer problematisch, für Content oder für Sachen Geld auszugeben, aber mittlerweile ist die Gaming-Branche halt so geworden, Danja. Äh, ja, schon, aber da geht's halt darum, dass du halt, also diese Eggs sind ja immer etwas teurer. Aber die sind ja immer 750. Genau. Ähm, und das sorgt dann eben dafür, dass es halt doch relativ, äh, ein bisschen länger dauert, bis man das halt auspackt. Und dann kommt ja noch dazu, wir packen die ja mit Robux aus, aber andere müssen die ja quasi... Ja, aber das, ja, aber das Hatchen, das dauert, äh, gefühlt nur fünf bis zehn Minuten, wenn man sie normal hatcht, ne? Also, das dauert jetzt nicht so lange, Danja. Naja, aber trotzdem, es ist halt trotzdem Zeit, ne? Und wenn du jetzt mal überlegst, ich hab noch keinen Phönix, ich hab noch keinen Goldhorn aus dem Mythic Egg Update und ich hab bestimmt schon zehn Mythic Eggs mit diesem Account hier aufgemacht. Ja, aber das ist ja, das ist, das ist ja das allgemeine Prinzip von diesen Eiern, die ich an sich ja so doll gar nicht feier. Ja, ja, aber deshalb, deshalb sag ich ja, deshalb sag ich ja auch, es ist nicht so, dass ich finde, dass die Eggs halt, dass sie, dass sie ständig ausgetauscht werden müssen, weil du kannst manchmal nicht ganz so schnell hinterher sein, aber ich finde auch, es sollte häufiger neue Pets geben. Also, dann muss es nicht unbedingt immer sofort, das Ecken muss nicht ausgetauscht werden nach drei Monaten, das halte ich für zu früh. Aber so ein Luna-Event zum Beispiel, wo man dann auf eine andere Art und Weise noch Pets bekommen kann, das würde ich häufiger für sehr sinnvoll erachten. Und wenn die dann quasi zwischendurch weg sind, dann hast du noch mehr Pets, die eben sehr selten sind und eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du dann halt auch ein seltenes Pad wieder vertraden kannst. Okay, verstehe ich, ne, verstehe auch da deinen Punkt. Ich finde zum Beispiel, wie gesagt, dass das Mythic Egg viel zu lange momentan drin ist. Ich verstehe aber auch den Punkt, den du meinst, das fühle ich auch auf jeden Fall. Da muss man die Perspektive auch wechseln, ne, als jemand, der dieses Spiel vielleicht häufig spielt, ne, finde ich, dass dieses Ei zum Beispiel zu lange einfach drin ist. Weil ich denke mir auch, okay, es gibt auch Leute, die vielleicht dieses Mythic Egg extrem feiern, aber es gibt auch Leute, die vielleicht die Pets sehen und sagen, okay, sorry, aber bis auf den Phönix feiere ich kein Pad davon. Ich brauche jetzt mal einen Wechsel. Und da ist, finde ich, sieben, acht Monate oder sechs Monate, was es jetzt auch ist, ist viel zu lange. Wenn ich jetzt an das Ocean-Update denke, was ja, glaube ich, nicht so lange drin war. Ja, alle so ein halbes Jahr sind die, glaube ich, alle drin tatsächlich. Ja, ich glaube, dass das Mythic Egg momentan sogar am längsten drin ist. Also es kann natürlich sein, dass früher, bevor wir Adopt Me gespielt haben, die anderen Eier natürlich noch ein bisschen länger drin waren. Das kann natürlich sein, ne. Aber das, um das Egg-Thema mal abzuschließen. Natürlich gibt es da unterschiedliche Meinungen, wie ihr schon bei mir und Danja sehen könnt, ne. Aber ich finde zumindest, was die Preise jetzt zum Beispiel, beispielhaft dieses Luna-Update abgeht, fand ich vollkommen in Ordnung. Ne, also da bin ich als Spieler auch, sage ich, hey, da habe ich kein Problem mit. Ja, also am ... Ähm, ja. Am 16. Juli kam das wohl letztes Jahr. Ja, ne, am 16. Juli kam der Countdown und am 19. August, oder? Ja, ich glaube, am 19. August kam dann das Egg. Also es sind jetzt, äh, etwas über sieben Monate, siemeinhalb Monate. Ja, wie gesagt, äh, das Gute ist ja, also ich meine, das Gute ist ja, dass zwischendurch jetzt, und deswegen sagen wir ja, dass dieses, ähm, Update, nicht nur dieses, sondern die wöchentlichen Updates halt gut tun. Wenn es jetzt so wäre, dass es diese wöchentlichen Updates wirklich nicht geben würde, dann hätte man, glaube ich, das Gefühl, dass zum Beispiel so ein Ei, was sozusagen das Einzige ist, was einen zum Update bringt, deutlich zu lange drin ist. Aber ich glaube, die Zeit jetzt, deswegen kommt einem das vielleicht etwas angenehmer vor, ist, weil in der Zwischenzeit halt so viele neue Updates gekommen sind. Ja. Deswegen fällt das nicht mehr so stark auf, meiner Meinung nach. Was ich halt auch oft gelesen habe, warum Leute nicht mehr so gerne Adopt Me spielen, ist halt, weil sie mal gescammt wurden. Ja. Ähm, das Ding ist, das ist halt schon echt, äh, schwierig, glaube ich, für die Entwickler so ein bisschen zu verarbeiten. Weil halt dieser Aspekt von dem Trading so groß ist in diesem Spiel. Ja. Dass ich mir halt da schon vorstellen kann, dass sie da so ein bisschen, äh, vor einer Wand stehen und halt nicht wissen, wie sie das unterbinden können. Das, weil das ist wirklich für viele halt auch ein Grund, wo sie dann sagen, ey, das hat mich so entmutigt und das kann ich auch total verstehen, dass man dann danach sagt, so ey, da habe ich jetzt keinen Bock mehr, weil... Ja, ja. Ja, also, äh, ja, meine Meinung zu diesem Trading-Thema ist, also kennst du vielleicht schon, also ich finde dieses ganze Trading, finde ich, ich mag sowas gar nicht. Ich weiß, dass das ein Community-Driven-Spiel ist, dass man das auch machen möchte und so, das verstehe ich absolut. Ich selber zum Beispiel, äh, auch, klar, man ist Creator und so, ne, und Trading, finde ich, insgesamt halt, finde ich immer, wenn es so ein System gibt, dann sollte es ein ganz, also dann sollte es definitiv über mehrere Instanzen gehen. Also, klar, sie haben es hier in diesem Spiel versucht, wie du schon perfekt erklärt hast, ne, man kann es vielleicht auch nicht besser verifizieren, als es jetzt schon ist, ne, weil Trading ist halt auch gewisses, ist auch eine gewisse Vertrauenssache, ne, und wenn man dann gescamt wird, ist das natürlich, wo man sich so denken kann, okay, ja, also, vielleicht ist man dann selber schuld, weil man dieser Person geglaubt hat, aber, ähm, das ist eigentlich nicht der Fall. Ich finde halt, dass es bei diesem Trading, ich mag das allgemein nicht, weil, ich sag mal, die Hälfte der Fälle werden gescamt, so, und wenn man das als Entwickler sehen sollte, ne, und sagt, okay, es gibt so viele Fälle, wo gescamt wird, ne, und ich weiß natürlich, dass das ein großer Teil dieses Spiels ist, das heißt, wenn man das komplett abschaffen würde, würden vielleicht auch, ähm, viele Spieler dann komplett weggehen. Ja, da bin ich mir sehr sicher. Ja, also, weil... Würde ich auch verstehen, aber das System, was momentan drin ist, finde ich, ist halt auch nicht das richtige System, weil, über die Dauer wirst du immer Leute haben, die von diesem Spiel weggehen, weil sie halt gescamt wurden, ne? Ja, aber ich glaube, wenn du es halt komplett... Ich glaube, dass... Ja, ja, genau, komplett kannst du es auch nicht wegnehmen, weil das Spiel halt dadurch auch bekannt geworden ist, also es ist Fluch und Segen zugleich. Ja, also, ähm... Von diesem Spiel. Beim Trading, ich kann das total gut halt auch nachvollziehen, äh, dass man diese Pads halt auch tauschen möchte und sowas, und, ähm, ich denke halt dann immer daran, dass das ja im Prinzip ein Geldwert ist auch, den man da quasi wegtauscht. Ähm, ja. Und das macht es dann halt immer so ein bisschen, das macht es für mich im Kopf halt immer so ein bisschen sauer, weißt du? Ähm, dass es halt Geld ist, was man da vertauscht, vor allem, wenn es halt so ein super seltenes Pad ist, also wie jetzt zum Beispiel diesen Shadow Dragon oder so, da ja irgendwie, keine Ahnung, wie viel Geld wert ist, ähm, da bin ich dann halt auch so, ja, Mann... Ja, aus diesem, aus diesem Grund feiere ich persönlich dieses Handeln gar nicht, ich feiere das gar nicht, aber ich weiß, warum man das macht und so. Ja, und da sind wir halt komplett aber in der Unterzahl mit dieser Meinung. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also, ähm... Ich weiß das auch. Das ist halt, das ist ja auch total okay, ne? Ich finde, also ich glaube, wenn ich das so spielen würde, ich würde das auch total feiern, wenn ich dann da irgendwie was Cooles mir ertraden würde und so. Es ist halt schon sehr eine riskante Sache. Ja. Ähm, dieses Trading. Ja, wie dem auch sei, also, wie gesagt, das Trading-Thema ist nochmal ein ganz anderes, ne? Das hat jetzt mit dem Inhalt sozusagen der ganzen Spiel, also des ganzen Spiels für mich jetzt nicht so viel zu tun, weil ich selber halt nicht aktiv, ne, trade. Ja, aber für... Dementsprechend hat das nicht so krasse Auswirkungen für mich. Für mich hat es halt viel mehr krasse Auswirkungen. Ich bin ein Spieler, der halt Content braucht. Und das, wie gesagt, um das Video auch so langsam abzuschließen, wurde mit dem Insel-Update sowieso gerettet, meiner Meinung nach. Mhm. Und was halt dazu kommt, ist halt die wöchentlichen Updates, die dazu kommen, äh, die mal besser, mal schlechter sind, absolut. Aber es ist zumindestens das Zeichen da, äh, dass was gemacht wird. Und das finde ich in einem Spiel immer gut. Dass das nie perfekt ist, das ist klar. Das ist für mich klar. Aber zumindestens, dass die Entwickler sagen, guck mal, wir haben die Kritik angenommen, wir tun jetzt was. Und das finde ich okay. Dass es halt nie so sein kann, wie man das sich selber erhofft, ist ja auch klar. Ne, also zum Beispiel jetzt kommt das Forest-Update zum Beispiel, was ich persönlich vielleicht gar nicht so feiere, aber andere dafür. Und das ist auch vollkommen okay. Ja, ich zum Beispiel bin großer Fan davon. Es ist halt nur wichtig, dass was passiert. Ich zum Beispiel bin großer Thema, äh, großer Fan von dem ganzen Thema. Deshalb freue ich mich da total drauf. Aber es geht ja nicht jedem so. Und es gibt auch genauso viele, die gesagt haben, das Mythic Egg finde ich total grauenhaft. Aber ich zum Beispiel fand viele Pets daraus echt cool. Also der Phönix zum Beispiel oder auch das Goldhorn, auch wenn ich beides auf dem Account hier jetzt noch nicht habe. Aber ich fand die beiden Pets zum Beispiel echt ziemlich, ziemlich nice. Und zum Beispiel, ich fand zum Beispiel das Ocean-Update extrem cool. Von dem war ich tatsächlich sehr enttäuscht. Ja, ich fand zum Beispiel, wenn ich jetzt auch den Hai hier sehe, also ich fand das Ocean-Update wirklich ziemlich, ziemlich cool. Aber da sind wir halt auch beim Abschluss unseres Videos zum Adopt-Me-Talk. Da gibt es unterschiedliche Präferenzen und unterschiedliche Wünsche. Wichtig ist einfach nur, und das haben wir, glaube ich, für uns festgestellt, Danja, ist das, was passiert. Ja. Es muss was passieren. Wie es dann passiert, darüber kann man immer diskutieren. Aber zumindest soll irgendetwas passieren. Ja. Denn wenn nichts passiert, hören die Leute nämlich auf, über einen zu reden. Und dann wird es schwierig. Richtig. Vor allem für so ein Spiel. So sieht es aus. Leute, wenn euch der Adopt-Me-Talk heute ein bisschen gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt natürlich auch eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Für uns ist aber eins definitiv klar, da sind wir einer Meinung, dass das Insel-Update definitiv das Spiel erstmal gerettet hat für diese Zeit. Oh ja. Das, wir lieben das Insel-Update. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Tschö. Tschö! 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 Untertitelung des ZDF, 2020